Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute mal kurz erklären, wie es geht, dass ihr diese kleinen Treppchen, die sich hier bilden, wenn man eine Rundung strickt, hier am Beispiel eines Halsausschnitts, wie man die vermeiden kann. Sieht nicht so super schön aus und es ist auch nicht ganz einfach, hier jetzt Maschen aufzunehmen, um eventuell noch ein Böhnchen dran zu stricken. Viel schöner finde ich es ja, wenn es so aussieht. Hier sind keine Treppen, sondern das geht schön gleichmäßig in die Rundung rein und das Aufnehmen von Maschen ist sehr viel einfacher. Wie das gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Dazu habe ich hier ein Strickzeug und habe auch schon mal insoweit vorbereitet, dass wir anfangen können. Die erste Reihe wird ganz normal, wie ihr das kennt, klassisch gestrickt. Die mittleren Maschen werden einfach abgekettet und jetzt wollen wir hier und hier natürlich die Rundung einarbeiten. Und das passiert hier in der ersten Rückreihe. Wir drehen das Ganze um und stricken jetzt linke Maschen. Das ist übrigens völlig egal, welches Muster ihr nehmt. Die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Ihr strickt in dem Muster, in dem Fall halt links, aber nicht bis zum Reihenende. Ihr bleibt eine Masche vorher, stoppt ihr. Das mache ich jetzt mal schnell. So. Hier stoppen wir, die stricken wir nicht. Die heben wir ab, wie zum Linksstricken. Und der Faden liegt vor der Arbeit, also auf der Rückseite der Arbeit. Jetzt drehen wir das Ganze um. Und jetzt stricke ich diese, die erste und die zweite Masche, rechts überzogen zusammen. Damit die richtig liegen, mache ich folgendes. Ich hebe die ab, wie zum Rechtsstricken. Ich hebe die ab, wie zum Rechtsstricken. Und nehme beide wieder zurück auf die Nadel und stricke sie rechts zusammen. So, was jetzt wichtig ist, ist, dass das hier nicht, diese Masche nicht zu locker ist. Also zieht die ruhig ein bisschen an, sonst habt ihr nachher ein Loch. Das ist jetzt die erste abgekettete Masche. Ich möchte jetzt aber insgesamt drei Maschen abnehmen. So steht es dann in der Anleitung. Also drei Maschen abketten. Eine habe ich jetzt schon durch das Zusammenstricken abgenommen. Muss also jetzt noch zwei Maschen in der herkömmlichen Methode abketten. So. So, und dann geht es einfach ganz normal weiter, wie man es kennt. Im Muster, jeweiligen Muster. So. Wir drehen um. Und jetzt machen wir das gleiche wieder. Wir müssen in der nächsten Hinreihen nämlich dann zwei Maschen am Rand abketten. Also stricke ich jetzt wieder linke Maschen. Bis eine Masche vor dieser, vor diesem reinen Ende. Einmal bis zum Linksstricken abheben. Umdrehen und diese beiden Maschen rechts überzogen zusammenstricken. Das ist eine Masche. Und dann mache ich noch eine in der herkömmlichen Methode, sodass ich zwei Maschen abgekettet habe. Und jetzt seht ihr schon. Das geht jetzt hier wunderbar schön rund. Und das könnt ihr also weitermachen bis zum Abwinken. So. Was ich euch jetzt aber auch noch zeigen möchte. Ich mache jetzt nicht alles, deswegen wäre ja viel zu lang. Ihr habt das Prinzip jetzt verstanden. So. Ich zeige euch aber jetzt noch, wie das funktioniert auf der anderen Seite. Weil da funktioniert das Ganze nicht in den Hinreihen, sondern in den Rückreihen. So. Ich mache das jetzt einfach mal ab. Das benötigen wir jetzt nicht unbedingt. So. Und jetzt machen wir das Ganze mal auf der Rückseite der Arbeit. So. Hier müsst ihr jetzt die ersten drei Maschen nach der herkömmlichen Methode abketten. Das geht nicht anders, weil wir hier ja noch keine abgehobene Masche haben. Also hier erst einmal die drei Maschen abketten. So. Eins. Zwei. Drei. So. Und dann ganz nochmal weiter. Und in der nächsten Rückreihe wollen wir dann nochmal zwei Maschen abnehmen. So. Im Prinzip ist das gleiche. Es wird halt nur nicht rechts, sondern links zusammengestrickt. Ich zeige es trotzdem nochmal. Wir stricken jetzt die Hinreihe. Bis eine Masche. Vor Ende. So. Die heben wir jetzt wieder, wie zum Linksstricken ab. Die letzte Masche. Der Faden liegt diesmal hinter der Arbeit, also wieder auf der Rückseite der Arbeit. Heben das ab. Drehen es um. Stricken die ersten beiden links zusammen. Erste Abnahme. Und da wir zwei abnehmen wollen, noch eine herkömmliche oder klassische hinterher. Das ist eigentlich das ganze Prinzip. Und das könnt ihr anwenden bei Halsausschnitten, Armausschnitten, Armkugeln oder wo auch immer ihr irgendwelche Rundungen braucht, wo ihr normalerweise diese Treppchenbildung habt. So könnt ihr die wunderbar verhindern und bekommt richtig schöne Rundungen. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ansonsten, bei Fragen, schickt mir einfach eine E-Mail. Ich hoffe, das ist einfach dieses Thema.